hallo und herzlich willkommen lang ist es her dass wir ww aufgenommen haben sehr 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 lange wirklich lange ich weiß noch gar nicht irgendwie ich habe eine ganze weile keine lust und auch keine energie um außerhalb von streams aufzunehmen oder mit space zu machen so weiter irgendwie ist es auch gerade verdammt seltsam ich weiß dass der ein oder andere oder die ein oder andere person auch darauf gewartet hat dass ich mal wieder weitermache ich glaube ich habe sogar noch videos die ich noch nicht hochgeladen habe die ich auch mal hochladen müsste aber ja gut ich habe aber jetzt mal nachgeguckt ich glaube wir wollten ja level und ich glaube wir haben nicht alles hinkriegt von dem es da liegst ich glaube wir wusste da jetzt bin ich fertig verwirrt nach hier mussten da und ich weiß dass wir leveln wollten mit unserer magierin ich komme jetzt auch eigentlich gerade erst drauf weil heute wahrheit zum tag ist wo ein tag an dem ich tatsächlich viel weiß nicht oder so ein back to roots tag wenn wir das platz auf dem jahr ist angefangen und so und ja ich weiß nicht ich muss mich jetzt auch erst mal wieder rein finden ich bin nicht sicher ob ich das alles auch so hinkriege aber mal gucken wir schauen einfach und ja ich hoffe dass ich so ein bisschen mit euch jetzt hier leben kann das für euch nicht zu langweilig ist wenn doch dann am besten die part überspringen bis wir halt so richtig weiter machen aber ich kann irgendwie so ein bisschen auf die idee weil ja ich glaube nächste woche kommt die neue erweiterung von ww ich dachte mir so okay es wird eigentlich mal wieder zeit dass ich immer wieder so ein bisschen mit ww auseinandersetzen mich mit bisschen mit ww beschäftige gerade ist es auch wieder erst mal ohne cam die cam würde ich wahrscheinlich erst dann wieder anmachen wenn ich umgezogen bin weil gerade ist halt erst die phase also es sieht hier alles rund und drüber aus und keine lust extra für streams wo war das umzuräumen aufzuräumen whatever und da ja und da ja ich verstehe mich jetzt klickgeräusche aufmachen könnte Will ich einfach mal schauen. Ich weiß auch gerade gar nicht. Was wollte ich gerade nachgucken? Keine Ahnung. Gut, für Spinnen ist das halt ganz gut. Ich habe, glaube ich, eine Ledertasche bekommen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung mehr von dem, was ich hier mache. Und von daher, bitte verurteilt mich nicht. Warte, ich muss aber ganz kurz was schreiben. So. Aber wie gesagt, ich will jetzt erst mal mit euch so ein bisschen leveln. Weil ich schätze mal, wenn wir wieder ein Level mehr auf der Uhr haben. Sieht das Ganze dann auch anders aus. Ich glaube, ich weiß auch, was ich vergessen habe. Zu zaubern. Das werde ich aber gleich machen. So, diese beiden Sachen. Habe ich ja auch noch. Ja. Mal. Zweimal. So, das habe ich jetzt 30 Minuten. Jetzt muss ich gucken. Hier noch ein paar. Okay, das ist zwar ein 14er Schweinchen, aber kriegen wir auch hin. Wie gesagt, ich will ja jetzt. Ich glaube, es geht ja jetzt sogar bis Wrath of the Lich ging. Mittlerweile. Die Classic-Varianten. Ich weiß noch nicht, wann ich dann zur alten, äh, zum Retail rüber wechsle. Ich werde auf jeden Fall Classic hier einmal noch durchbringen. Werden wir hier noch mindestens drei Jahre für brauchen. Weil ich das ja leider, oh Gott, ich bin verdammt müde. Äh, weil ich es ja leider nicht so suchte, wie, äh, ich bin FF. Aber ich möchte halt dennoch spielen. Dennoch mit euch sucht, das ist dumm. Hab ich das getan? Äh, möchte aber dennoch mit euch irgendwie, wie erleben. Das halt so als neben Projekt, wenn ich dann halt mal keine Zwingstum hochladen habe, oder sowas. Also ich kann nicht versprechen, dass es hier für einen festen, ich sag jetzt mal, Sendeplatz gibt. Kann ich halt leider nicht versprechen. Aber ich werde gucken, dass es wieder regelmäßiger der Fall sein wird, dass wir W.O.W. spielen. Und mal gucken. Ich habe jetzt auf jeden Fall erst mal wieder für, ich glaube, 25 Tage habe ich noch. Ähm, je nachdem, wie es läuft, vielleicht habe ich dann für die nächsten Monate noch. Sogar ein bisschen auf Sparkurs zu gehen. Mal schauen. Das ist so eine gute Idee, wie war. So. So dumm. Egal. Mach ich das etwa so. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir quasi aus diesem Gebiet hier rauskommen. Und wir dann ins nächste kommen. Ich weiß gerade gar nicht, welches was dann ist. Was ist der Wald, oder was dann? Das Rotkamm-Gebirge. Hm. Müsste ich denn mal gucken. Ich glaube, im Retail habe ich dann noch erst mal oder als in der Arbeit gemacht. Oh, wir schauen einfach. Wie gesagt, die Viecher hier brauchen wir eigentlich eher weniger. Ich will halt einfach nur auf die nächste Stufe kommen. Ich hätte das jetzt auch aufs Stream machen können, aber wieso? Wenn ich gerade Lust habe aufzunehmen, da begleitet ihr mich halt einfach. Es ist uns wahrscheinlich nicht ganz so spannend, wie wenn wir oder wie wenn ich euch in der Stream-Wiederholung hochlade. Wenn man in der Stream-Wiederholung ist, dann wird es auch in der Unterhaltung irgendwo mit dem Gange. Ähm, hier rede ich halt eigentlich äh, mit mir selbst. Mit mir selbst. Doch überhaupt die Creepy oder sowas. Nein, nein. Aber mal gucken. Vielleicht kommt WoW bei euch ja wieder ganz gut an. Ich werde gucken, dass ich die anderen Streams jetzt wirklich nach und nach auch kontinuierlich hochlade, dass ich mich da auch echt mal wieder dran halte. weil die Streams häufen sich und häufen sich. Also es wird immer mehr bei den VODs. Aber ich mache immer weniger. Und ich habe jetzt, ich glaube, ich habe jetzt bis zum 24.12. wirklich kontinuierlich Videos oben. Also alle zwei Tage kommt dann halt ein Video. Ähm. Jetzt nicht von aktuellen Sachen leider. Also nicht nur aktuelle Sachen. Ich komme halt gerade Witcher 3, was ich letztes Jahr gespielt hatte. Der erste Run. Beim zweiten Run sind wir ja gerade im Stream noch dran. aber also so als Beispiel. Oder halt die ganzen alten Golfsachen und so weiter. Mal gucken. Kriegen wir schon hin. Wurde ja auch schon gefragt. was so die nächsten Projekte sind. Und ja. Wie gesagt. Witcher. Life is Strange wird dann aber wahrscheinlich ohne aufwendige Endcard sein. Wird dann wahrscheinlich mit der Standart Endcard sein. Damit so ein bisschen Platz halt weg ist. damit es halt ein bisschen leerer wird. Aber bis ich da angekommen bin, das dauert noch. Mal gucken. noch ein Ziel. Okay. da sind jetzt die. Ich brauche halt leider die Straßenräuber. Sind halt leider nicht die, die da jetzt gerade stehen. Ich befürchte, wenn ich einen anlocke. Kommt zwei. Okay. Okay. mal gucken. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. gut. Gut. Wir sind doch schon fast bei der nächsten. Stufe. Weil ich weiß halt, dass die Straßenräuber relativ heavy waren. Deswegen wollten wir leveln. Das tut Aua. Oh Gott. Das tut richtig. Aua. Aua. So. Wir sind was auch zum Verkaufen. Das ist gut. Muss hier nur immer aufpassen, dass ich nicht in irgendwas reinrenne. Was hier so kreucht und fleucht. was hier so kreucht und fleucht und fleucht. Ich muss näher ran. So. Das Schweinchen. Ich bin außer Reichweite. ich hatte hier aber leider auch noch quest von denen ich nicht genau weiß wo es weitergeht in das wird wie die ich abnehmen konnte möchte dass sie in den haien mit weil es spricht ich glaube das war irgendwo hier unten wenn sich die branche gebt euch in der sehenheit im ane im rotkammgebirge okay da kuchen Okay. Er sagt, ich weiß nicht genau, wo die Straßenräuber sind. Ich vermute, dass sie da irgendwo drin sind. In dem ganzen... ...Rang. Ich hatte da irgendwo meinen Aufgang gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Werden wir mal schauen, ob wir den dann wieder finden. Ich glaube, da, wo der Hügel auch hochgeht. Weil da ist keiner drin. Deswegen bräuchte ich da eigentlich nicht die Pferdescheu machen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Parts ich jetzt mache. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay. Mist. So, Stufe 17. Ja, wir sind dafür immer noch nicht imbar. Da sind die Straßenräuber. Stufe 18. Ah ja, ich erinnere mich. Deswegen. Damit sind wir jetzt auch etwas näher dran am Level. Wir können ihn jetzt hoffentlich erledigen. Wir können ihn jetzt hoffentlich erledigen. Ich entscheide uns. Weil wir sie aufhören. Und dann... ... ... ... Oh, Kacke. Auf den habe ich gerade nicht geachtet. Okay. Den hatte ich nicht gesehen. Oh, ich werde jetzt einmal kurz zurücklaufen. Und ich habe gesehen, ob es dann gleich geht. Oh, ich werde jetzt gleich geht. Oh, ich werde jetzt gleich geht.